Weiter geht es mit dem Erfolg bzw. mit der Trophäe Schneller Schütze von Metro 2033 Redux. Und um diesen Erfolg bzw. diese Trophäe zu halten, müsst ihr alle Nossalis töten, bevor sie durch die Lüftungsabdeckungen im Level Hunter kommen. Einfach die Mission Hunter wiederholen und dann soll das kein Problem sein. Ich persönlich habe das im Spartaner Modus gemacht, auf der leichtesten Schwierigkeitsstufe, dann sterben die Gegner schnell. Also ich habe das ganze Spiel erstmal so durchgespielt, um die ganzen Erfolge so mir zu holen. Ist vielleicht die beste Wahl, weil man viel Munition hat und die Gegner schnell sterben und man kann leicht vorbeischleichen. Auf jeden Fall spielt so lange, bis ihr zu diesem Punkt kommt. Hunter kommt rein, ihr labert ewig, keine Ahnung. Und dann nehmt ihr diese Waffe, ist so schnell wie es geht. Und genau, das Einzige, was ihr jetzt machen müsst, ist hier diese vier Lüftungsabdeckungen sozusagen zu verteidigen. Die kommen von außen rein und ihr müsst die ausschalten. Die sterben mit einem Kopfschuss auf normal. Heißt, versucht zu zielen, heizt nicht volle Kanne drauf, hirnlos. Die kommen auch von der Decke rein, aber das ist vollkommen egal. Auch wenn die euch angreifen, lasst die einfach in Ruhe. Die sind echt nicht wichtig. Lasst eure Freunde die killen. Kümmern ihr euch nur um die vier Abdeckungen. Also wie gesagt, hier bestmöglichst auf einen Kopfschuss hier schnell nachladen. Ist leider nicht, das heißt, ihr verliert viel Zeit, wenn ihr nachladen müsst. Schaltet die mit einem Kopfschuss aus, schaut nacheinander die vier Abdeckungen ab. Und dann sollte das kein Problem sein. Falls es die doch durchschaffen, die Abdeckungen zu zerstören, dann geht einfach zurück zum letzten Speicherpunkt. Und ihr solltet den Erfolg trotzdem noch bekommen. Also wenn ihr es dann schafft. Das sind auch gar nicht so viele. Und dann, wenn ihr es geschafft habt, solltet ihr diesen Erfolg bekommen. Ich habe gleich noch einen anderen Erfolg bekommen. Irgendwie zehn Gegner töten ohne getroffen zu werden, glaube ich. Ja, ist auch egal. Auf jeden Fall, ja, Facebook-Link ist in der Beschreibung. Genauso wie der Link zu der Playlist. Die anderen Erfolge kommen noch. Kann ein bisschen dauern, weil ich ja noch andere Spiele machen muss und lernen muss. Und ja, das seht ihr dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.